Hey Leute, Willkommen an einem Gast Commentary und zwar von mir, dem Sven, auf dem Kanal von die Alten da. Und so habe ich ihn mal gefragt, ob ich ein Gast Commentary bei ihm machen kann. Und er meinte, ja, nur er wollte kein MV3-Gameplay haben, deswegen habe ich hier mal Black Ops-Gameplay rausgehauen. Ja, der Story-Rekord ist eigentlich ganz okay, jetzt nicht der beste, aber 50 zu 5. Ja, also ich stelle mich kurz mal vor, ich mache meinen Kanal schon ungefähr seit 2 Monaten, bin 15 Jahre alt, bin eigentlich ein ganz guter Player. Also so, das Gameplay ist eigentlich ein ganz normales Gameplay. Und ja, die Abschlussserien war ich nicht, er ist auf dem PC gespielt, er spielt und hier fett Spawntrappen aufs Feinste. Und auf meinem Kanal könnt ihr sehen, alles mögliche zu Let's Plays. Hauptsächlich so Call of Duty Ego-Shooter. Aber meistens, immer manchmal mache ich auch so Minik Rave, macht mir ziemlich Spaß. Ich wollte einfach mal über ein Thema mit euch reden. Und zwar was den Kanal von die Alten da. Also PitbullTV oder wie so, keine Ahnung, wieso der sich so nennt. Auf jeden Fall passt das Thema zu dem Kanal. Und zwar inaktive Abonnenten Und zwar ich habe gesehen bei dem Kanal Der hat über 800 Abonnenten Alter, das müsst ihr euch erstmal geben Da sind es schon ziemlich viele meiner Meinung nach Ich habe 85 Abonnenten Und Er hat bei jedem Video ungefähr So 130 Klicks oder so Wieso haben die den Typen abonniert Wenn ihr nicht seine Videos Schaut, also ich gönne ihm das auch Ich habe mal seine ganzen Proto-Type-Videos geguckt Ziemlich geil Muss ich sagen, sein Kommentier-Rede-Stil Seine Stimme und so Also Kompliment an dich Ja, ich habe auf meinem Kanal Keine inaktiven Abonnenten Muss ich jetzt mal so wirklich Zugeben Ja, ich habe bei jedem Klick mehr Klicks als Abonnenten Ja Darüber freue ich mich natürlich auch Ziemlich döle Ja, die Abschlussserien Weiß nicht, weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe So viel dazu Ne, weil ich Und jetzt hätte ich mal wieder hier was Machen können, reißen können Aber nein Ja, ich spiele mit Plymerer, Flinkhead Pro und Ninja Mars Ja, ich spiele hauptsächlich eigentlich auf der Xbox Bisher habe ich nur auf PS3 gespielt Also falls bekomme ich meine Xbox Dann spiele ich nur noch auf Xbox Ich bin bei PS3, MW3, Prestige 15 MW2, Prestige 10 Und Black Ops, Prestige 9 oder so Falls es euch interessiert, könnt ihr sein Am PC spiele ich nicht so oft Aber Ja, ich habe noch keine ADP VR, mit der ich das aufnehmen kann Die erste in der Woche ankommt schon seit einer Woche Auf diese scheiß ADP VR Naja, ich hoffe, das Gameplay hat euch einigermaßen gefallen Hier das Bone Craven ist ziemlich nice Bei Black Ops geht es ziemlich klar das Bone Craven Ziemlich nice, wie gesagt Ja, das Spiel ist gleich vorbei Und ich versuche ein paar Leute durch die Event zu killen Sind ich denken, ich habe A-Bot oder so drin Ja Und da kämpfe ich auch am Spawn Weil die uns versucht haben zu Spawn Craven Aber die waren zu doof dafür Naja Das Scamble ist auch gleich schon vorbei Ja, kommt auf meinem Kanal mal vorbei Abonnieren, bitte Daumen hoch geben Ich würde mich sehr freuen Schau Leute Das war's Eure Hasut